LOL, was habt ihr schon gebaut? Das seid ihr versucht, dies. Das hier ist unser Anfangsunterschlupf. Komm jetzt mal hier rein, jetzt müssen wir mal schnell zum... Herzlich willkommen zu dritten Folge Best of Amplified mit dem Michi, Olli und Jonas. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt aus unserem Team heute alleine. Wir haben heute einen Livestream gemacht, den wir eigentlich auf YouTube hochladen wollten. Ich habe es bis jetzt aber immer noch nicht geblickt, wie wir den hochladen können und wer den Livestream angeschaut hat, was leider nicht viele Zuschauer waren, weiß ja, wie es hier aussieht. Wenn, dann seht ihr es jetzt in der Aufnahme hier. Wir sind hier mittlerweile schon sehr, sehr, sehr viel weitergekommen. Wer den David anschaut, den Link dazu in der Videobeschreibung, der weiß, warum wir so übel weit sind. Also ich habe jetzt... Naja, bei mir sieht es noch nicht so viel aus. Das kennt ihr ja alles, ein Dierschwert. Ich habe ein Dier-Hahnisch und ein Dier-Spitzhacke. Wir haben hier einen Planeterwarzen und ja, schon ein paar Tränke. Der David hat Full-Dia verzaubert mit Protection 2, glaube ich, komplett. Und ich... also wirklich krass, was wir jetzt schon alles haben. Habe ich im Livestream auch schon alles gesagt, glaube ich. Und die anderen zwei sind gerade auch schon mal am Ausbauen, weil sie auch schon Full-Dia haben oder im Prinzip nicht. Aber von den Diamanten an der Anzahl her haben sie das schon. Und die werde ich jetzt dann gleich mal besuchen, weil wir noch Friedensphase eben haben und die besuchen können. Und der Michi selber nur so dabei, der spielt, glaube ich, gerade nicht. Michi, wie weit seid ihr schon in eurem Team? Na ja, ihr wisst, kannst du ja nicht. Ihr macht mal Glas, bitte. Er ist sechs und andere Eile. Ja, da ich das im Server war. Jetzt habe ich die ganze Zeit durchgeredet, ne. Ah, danke. Ich habe nichts sagen können. Robin, wie machen wir das eigentlich, weil wenn da keine Friedensphase mehr ist, dann kann man sich ja ausrauben. Aber wir wissen jetzt alle, dann wo die anderen alle wohnen. Ist das nicht ausgeraubt werden? Hä, ich dachte immer, darf man ausrauben. Echt? Darf man ein? Scheiße. Nein, ausrauben ist nicht erlaubt. Oh. Soweit ich weiß. So, okay. Warum haben wir so viele Fishing C1 Bücher? Oder nicht. Von Darwin, glaube ich. Ja, weiß ich schon. Ich zeige jetzt mal hier in der Folge noch unser ganzes Haus. Das habt ihr ja jetzt hier wahrscheinlich schon gesehen. Das ist unser Christenlager mit einer Endnature, wo hier mal die ganzen teuren Sachen drin sind. Wir müssen gleich wieder schlafen. Ähm, kann man gleich machen, dann bleibe ich noch daheim. Hier unten ist eben unsere Farm. Hier ist unsere Zuckerhau-Farm. Kartoffel, Karotten, Warte bis Reite. Eine Million ist fertig geworden. Ups, wieder. Warte, ich werde uns mit Bettchen schneiden. Und hier unten eben kleine Netterwarzen-Farm. Da oben tropft Lava. Und dann haben wir hier unseren kleinen Baustand. Hier zum Wasserflaschen holen. Hier noch ein paar Netterwarzen. Und hier unseren Verzaubererungstisch, wo man 30 Level verzaubern kann. Ich brauche. Und dann geht's hier hoch zum Netterportal, wieder runter. Und dann haben wir hier unsere vier Betten und hier einen. Wer heißt Schneemann, der eben hier die ganzen Viecher wegschießt. Und wir haben fünf Betten, was mich ein bisschen wundert. Pennen wir? Ja, ich bin da. Hä, bist du bei uns? Weißt du nicht. Ah, wer kann hier pennen, weil hier unsere Zombaz sind. Ja. Mir auch aufgefallen. Bist du am Spornbind? Ach, du holst mich ab, damit ich auch zu euch fände, oder? Ja. Aber hier ist irgendwie nichts. Ja, finde ich auch. Habt ihr irgendwo einen Hohlraum? Ich glaube nicht. Ich bin aber jetzt mega bescheuert. Unter euch? Ah, hier sind doch Zombies und Skelette. Das ist keine Rüste mal hier. Creeper, Creeper, Creeper. Oh. Ah, hier. Unter euch? Ja, warte, wir können doch nicht schlafen. Ey, wie geht denn das? Und dann, oh, kick mir. Hier unter euch ist noch was. Ich leuchte schnell ein bisschen aus. Okay, aber jetzt können wir schlafen. Ich habe jetzt eine kurze Frage. Wieso steht hier so ein lila-goldener Apfel? Oder? Ist der in your peers irgendwie? Ja, der ist auch okay. Was für Apfel? So ein Gollner Apfel, der sagt. So lila, ist der gut. Ja, Robben, komm mal ins Bett. Ja, ich weiß nicht, wie ich hier wieder hochkomme. Äh, sorry, Monster. Ich bin jetzt da auch im Bett. Der ist gar nicht da aufgeschlafen, Maja. Creeper. Oh, natürlich, Robben, hier. Hier. In der letzten Seite, du gehst ins Bett. Hier. Ja, wer fehlt jetzt noch? Ich habe das Haus nicht mehr gefunden. Ich kenne mich in unserer Höhe nicht genau aus. Also, wer nicht schlafen kann, der kann dann irgendwie pennen. Äh, leften kurz. Der kann dann irgendwie pennen. Ah, wir schlafen mit unserem Schneemann, als aufpasst, falls wir die Tür vergessen, offen zu haben. Äh, Tür offen haben, vergessen zu haben. Oh, sehr gut. Gut. Komm mit. Ähm, falls ihr euch wundert, warum ich jetzt irgendwie so viel in letzter Zeit aufnehme, das bekommt ihr wahrscheinlich gar nicht mit. Aber ich produziere ein bisschen vor für den Urlaub, weil wir jetzt dann, der Tim und ich, gleichzeitig fast im Urlaub sind. Ähm, eben in einer Woche. Und da will ich jetzt eben schon ein bisschen vor produzieren, damit wir auch genügend Videos für euch haben. Deswegen werden jetzt dann nicht diese vier Folgen in der Woche kommen, sondern nur ein bis zwei Videos in der Woche. Kommt darauf an, wie viel wir es schaffen, vor zu produzieren. So, und, äh, Wolli und, ähm, Dö haben mir vorhin ein Bild geschickt, wie sie ihre Villa daheim bauen wollen. Und das mal anschauen, wie die so weit sind. Wie weit ihr schon seid. Wahrscheinlich noch gar nicht weit, weil es ist, wie das schwierig ist, so etwas zu bauen. Alter, wie weit seid ihr jetzt doch weg? Kann ich die Bühne haben? Ja. Regen Ei, Regen Ei. Wir haben ja schon mal unsere schöne Brücke gebaut. Ach nee, die Hühne brauchen wir eigentlich. Mein Hühn. Ich brauche keine Hühne, wir haben schon Kühe, wir bauen ja nicht. Wir haben auch Kühe. Hab wir Hühner, wir haben überhaupt keine Hühner. Nein, aber wir haben Kühe, wir bauen keine Hühner. Jetzt bauen wir Hühne. Die sind doch so laut hier hinter. Ja, die Hühner sind übel laut und wenn du viele hast, lächst es auch ein bisschen. Ja, weil der Server nicht in der Ecke kommt. Ich weiß nicht, ja. Schneider. Ach, ich schubse die runter. Was hast du für ein Schwert verzaubert oder was hast du auch für ein Schwert verzaubert? Schärfe Angst. Ich hab mit meinem Tier, ich werd auch nicht verzaubert, weil ich noch keine 30 Level hab. Ich hab das, glaub ich, ein Level verzaubert. Ja, wir haben in deinem Block ja auch noch starten, das ist eins. Weiß es jetzt, jetzt ist mein Schwert, stärke wieder eins. Ich hab nämlich 7,2. Krass. Leck das Server jetzt nur bei mir oder bei anderen anderen. Das ist bei dir, weil du grad BOT unterlässt, ist logisch. Wenn du ein schlechtes Internet hast, nehm 50k, dann leckt's bei dir. Bei uns leckt's Gott sei Dank nicht mehr, wir haben überhaupt keine Ping-Einschränkungen mehr. Das ist richtig geil. Ich krieg Glasfaser, das wird ganz sehr gut sein. Scheiß, das Natur. Wir haben auch Glasfaser, im Prinzip. Ich hab noch kein Glasfaser, ich krieg's erst. Die Dessert hast du halt bestimmt volle Kalle. Wir haben Ende des Jahres auch 100.000 möglich, aber... Oh, du warst wieder voll fallen. Wir werden wir wahrscheinlich nicht kaufen, weil es uns zu viel kohlen wird. Nein, das könnten wir uns schon leisten, aber... Wir brauchen's einfach nicht. Die 50k ist so geil. Alter, hier ist ne Kieswüste, wenn wir mal Kies für Wege brauchen, komm ich hierher. Aber du sagst, du läufst mal schnell zu uns, das dauert doch ganz schön länger, als ich gedacht habe. LOL. Was habt ihr schon gebaut, Mutter, seid ihr versucht, dies? Ey, das hier, das ist unser Anfangs-Unterschlupf. Komm jetzt mal hier rein, jetzt müssen wir mal schnell zum Tö hier hoch. Fuck, wie lang sucht ihr hier schon? Wo läuft der jetzt zwischen wieder rum? Wie lang sucht ihr hier schon? Komm jetzt mal mit. Wie lang sucht ihr hier schon? Wie lang sucht ihr hier schon? Wie lang sucht ihr hier schon? Ihr sagt, der David sucht, der hat vielleicht die Berüstung, aber unser kleines Häuschen? Komm mal mit. Ja, wir sind halt auf Häuschen, auf Aussehen bedacht, ein bisschen. Ich hab gesagt, wir machen danach den Wettbewerb in West of M. Ja, und ich will schon mal vorsorgen, jetzt hab ich ja Zeit. Was haben wir jetzt gerade alles hier gebaut, die ganzen Wettbewerb A oder so? Ja, wir machen ja eben dann Bauwerb, der Wettbewerb B. Hier oben soll die Welle hin. Okay, ja, das geht noch. Oh, in der Welt. Geil. Ich sehe die Glarscheibe nicht. Ist das Schee? Ja. Ja, ist das Schee. Oh, das ist ein Hase. Hallo, Hase. Oh, du hupst aber süß rum. Er hupft erstmals rüber. Hui. Er ist dann den Berg runtergefallen. Und jetzt kann ich dir mal unser cooles Loch zeigen, wo wir die ganze Zeit dran sterben. Wenn wir zu weit hupfen oder so. Also soll ich das noch ganz groß sein. Achso. Komm jetzt. Rabbit Height, ist das eine Pfote oder ist das ein Fleisch? Äh, ist das Fell. Ach, Fell gibt's auch noch mal. Komm jetzt hier hoch. Ich wiederkund mal die Mini unter euch. Oh. Nein, Quatsch, ich komm schon hoch. Jetzt auch noch ne Mie, ne? Ich komme hoch. Alter, dieses Scheißglas. Mir kommt es gar nicht vor, als würde ich gerade aufnehmen. Das ist voll komisch. Wie komm ich denn jetzt hier hoch? Ich dachte, dann bleib halt da unten, dann laufen wir dann aber den ganzen Scheiß Weg da hoch. Ach ja, der ist so gut zum Hochsprinten. Das ist wirklich cool, der Weg. Oh, ist das egal, der Wasser? Hey, das ist jetzt gerade von der Backwasser. Der Backwasser. Der Backwasser. Der Backwasser. Du mal Block reden. Hä? Sieht voll hässlich aus. Ja. Nicht so, sondern so irgendwie so. Block die ganze Zeit. Schau, Robin, hier her, Robin. Hier ist unser cooles Loch. Sorry, ich hab die Blume abgebaut. Hey, der hat schon. Robin, ich hab 72 Prozent. Wie kann man das nicht treffen? Ja, weil wir es vorher nur drei bei drei Glück gehabt haben. Stirbt man daran? Nein, auf keinen Fall. Aber wenn du halt nicht volle Herzen hast, dann schon. So wie ich jetzt gerade dann einfach so. Ich hab vier Herzen. Und so, jetzt hatte ich hier dann auch so ein halbes Herz, wenn ich hier so runtergesprungen habe. Pupp. Ehh. Lustig. Und jetzt kannst du mal noch unsere ganzen Kisten durchkeiern und ich bin tot. Nein, ich bin bei euch, weil ich bei euch geschlafen habe. Sammeln mal kurz mal eine ganze Sache an die elektrische Kiste oder sowas. Warte mal, ich muss mal schauen, was ich alles hatte. Wir haben halt geläftet. Wobei, dann wärst du am Anfang gespawnt. Ja, ist doch scheißegal. Ja, stimmt, das ist jetzt eigentlich besser, wenn ich jetzt hier, dass ich jetzt hier geschlafen habe. Warum? Ja, okay, der Squad ist überhaupt nicht weit weg von denen. Also das ist eigentlich selten. Der ist schon weit weg, aber ungefähr so weit wie zu euch. Warte mal, ich muss mal kurz, weil wir haben ja so viel. Das ist doch nicht weit, das sind zwei Meter. Ja, wenn das vergleicht mit eurer Strecke wie er. Ja, wir sind halt ein bisschen weiter gelaufen wie er. Kommst du her zu mir? Nein, ich kann nicht mehr rennen. Aber ich schmeiße zwei Kisten runter. Ich muss eine Kuh mit der Hand töten. Danke. Stell dir mal vor, ich schmeiße dir zwei Kisten runter. Du tötest einfach die Kuh mit der Hand. Du tötest einfach die Kuh mit der Hand. Du brauchst einfach drauf rum. Du tötest einfach die Kuh mit der Hand. Ja, Minecraft ist schon mal drauf. Minecraft ist logisch. Wie ne Kraft. Das waren deine Millionen, oder? Wir spielen heute ein Game Pass. Ja. Ich komm noch mal zum ÖHO. Und schau mal. Aber es ist richtig krass, was ihr schon gebaut habt. Du kannst auch noch unsere Kisten mal durchsuchen. Äh, durch. Gar gern. Warum? Weiß ich nicht. Ach so, einfach mal zu sehen, was ihr so habt. Ja. Warum habt ihr so viele Eisenschwerter? Du hast zwei Eisenschwerter und tausend verzaubert. Hallo, wir haben keine Ahnung wie viele Stecks Eisen. Ah lol. Wie schmeiß ich mir deine Schnee, der sieht auch anders aus, die Animation. Ja, ich komm grad hier unten wieder angelaufen. Aha. Wo sind eure Kisten? Da unten im Lager. Ja. Bring mal meine Sachen bitte mit. Nein, die liegen in der Kisten. Die passen gar nicht in mein Inventar. Ach so, ja. Da komm mal. Das gibt's ja gar nicht. Aber es sieht schon nicht cool aus. Ach, da gibt's... Hier ist unser Ofenzeug. Und da standen unsere Betten. Da unten geht's in die Mine. Boah, geil. Dann geht's hier in das Kistenlager. Ich kenn's echt nach unten, ne? Oh ja, sieht auch schon schlecht aus. Und hier unten ist halt der Zaubertisch. Was? Warum habt ihr meine Sachen aus meiner Enderkiste geklaut? Oh. Das geht. Hier geht's jetzt halt auch noch lang? Alter. Oha, ich hab viel mehr Rohstoffe als wir. Ja, und schau so viel dir sagen. Das hab ich schon allein gefunden. Oli, ihr spielt mehr als der David. Und wenn, na, eigentlich nicht. Nein. Schau mal, schau mal jetzt noch mal an die Wertvollkiste. Wertvollkiste. So viel dir ist hab ich schon allein gefunden. Und... Die dreckst du immer dein Inventar mitmachen. Ne, Ender Schuss. Schau jetzt mal hier noch hier mit, so hier runter. Hier ist unsere Farm. Wo's Rotten gibt. Und Toffeln. Und da drüber, da ist da drüber der Dö gebaut. Das sieht man. Deswegen sieht das auch so hässlich aus. Ich hab... Das war zweckmäßig. Also sag mal nichts. Wer hat hier die Erde gebaut, oder? Ach so, dass hier Gras runter wächst. Ich hab keine Erde mehr. Ah, das kann der auch mitbringen. Dass der Gras runter wächst, damit die Kühe nicht verrät. Das können wir wieder hochranden. Ich geh schnell wieder hoch zum Drüben. So, kannst du mich wieder reinleiten? Ja, ähm... Du musst jetzt warten. Ja, ich nehm bloß meine Sachen, dann komm ich mit zu euch. Michi, bist du noch im Anruf? Ja. Warum machst du da was? Scheißleg. Verdammt. Ich dachte, du hast einen guten PC. Du hast die ganzen Zombie-Pigmen angegriffen. Ach, das ist Pigmen. Ja, Zombie-Pigmen. Stand doch da. Ja, wie bist du? Oh, Robin. Ähm, Robin, kannst du schnell... Oder du schlaft und wir alle liefen einfach schnell. Ja, warte. Ich bin grad verbaut. Also von daher. Ja. Dann penn mal, bitte. Ja, kurz. Ich bin muss grad im Untergrund. Oh, komm, mach schneller. Immer mit der Rohautomus kein D-Zug. Vor allem nicht, wenn der PC lackt. Michi, kannst du auch noch schnell nicht tun. Mit meiner Oma. Ich komm schon die Items ein. Weil mein PC nicht funktioniert. So ein Scheiß. Fertig. Ist bitte wieder Tag. Oh, warte kurz. Ich glaub, da wollen wir es auch. Gut. Kann ich jetzt wieder drauf? Ja. Danke. Ey, Robin. Ich wär gerne... ...nachteiligend. Ey, warte, ja... Warte, ich komm jetzt zu dir und sag's dir, dass es angeht. Wo bist du? Bei den Schneemännern. Da hinten. Da kann man vielleicht unendlich Schnee fahren, ey. Weißt du, wie das geht? Ja. So hier. Oh. Oh. In Snowgolim kann man auch nicht die Schnee fahren. Oh, meine Schaufel ist kaputt. Ja, ich hab noch was. Wollen wir noch schnell eine neue Schaufel und dann komm ich mit und zeigst dir, wie es wieder heim geht. Sehr cool. Wollen wir mal aufs Bild gucken, was ist denn da? Oh man, da sieht man dann nix. Ich hab kein Holz mehr. Doch, doch. Ähm, schaffe ich es selber, ihn zu finden? Muss ich da gerade rüber? Warte, ich zeig's dir schnell. Ich bin in zwei Sekunden bereit. Was ist das hier für ein Loch? Wo bist du? Bist du? Da oben. Ähm, wo? Du musst... Nichts gemein. Ähm, hier so rechts hinter einfach da lang mit mir da hinschlagen. You can probably be. You can always go. Übermorgen. Da oben. Bist du? Du musst... Da oben. Das bitte. Da oben. Pfen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020